Temu hat in den letzten Monaten sehr viel Geld ins eigene Marketing investiert, sodass sehr sehr viele Leute natürlich jetzt Temu kennen. Wir fragen uns dann als Onlineshop-Betreiber, kann Temu uns denn jetzt dann auch schaden mit den günstigen Preisen, die sie anbieten? Sie bieten ja auch zum Beispiel kostenlose Retouren an oder auch schnellere Lieferzeiten. Aber falls du noch nicht weißt, was Temu ist, Temu ist eine Online-Plattform ähnlich wie AliExpress, das heißt dort gibt es eine Menge Artikel in verschiedenen Nischen. Wie bereits gesagt, sind diese Artikel meistens sehr sehr günstig. Sie werben mit schnelleren Lieferzeiten als andere Plattformen, aber meistens ist es so zwischen 7 und 12 Tagen, also manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Und die Pakete von Temu kommen in diesen Verpackungen an. Das sind so orangene Verpackungen, sehen also nicht super schick aus. Natürlich können wir nicht mit diesen Preisen mithalten, aber das brauchen wir auch gar nicht. Denn genau wie Temu bieten Plattformen wie AliExpress oder Wish auch super günstige Produkte an. AliExpress gibt es beispielsweise schon seit 2010 und das beantwortet eigentlich schon die Frage, ob Temu uns jetzt schaden kann oder nicht. Es ist ja kein Geheimnis, dass E-Commerce seit Jahren boomt. Ja, es wurden sehr sehr viele neue Online-Shops gegründet und auf Millionenumsätze skaliert, obwohl es AliExpress gibt, obwohl es Wish gibt. Und immer wieder lese ich in meinen Kommentaren hier auf YouTube, ja, aber wie soll Dropshipping noch funktionieren? Ja, es gibt ja jetzt Temu, ja, Dropshipping ist tot, das kann ja gar nicht mehr funktionieren. Das ist ja viel günstiger da, das macht ja gar keinen Sinn, dann irgendwo zu kaufen, wo es dann teurer ist. Und dafür müssen wir erst einmal beachten, dass wir natürlich zu 99% mit unserem Online-Shop nach Deutschland verkaufen. Ja, und die Deutschen möchten natürlich eine Sicherheit, wenn sie online einkaufen. Ja, das heißt, Sicherheit in Bezug auf den Widerruf. Das heißt, sie möchten so gemütlich wie möglich die Retoure natürlich zurückschicken. Dann einen deutschen Kundenservice, den man kontaktieren kann, wenn es irgendwelche Probleme bei der Lieferung gibt. Ja, oder sichere Zahlungsmethoden. Vor allem wollen sie nicht, dass die Zahlungsinformationen irgendwo an Dritte weitergegeben werden. Ja, das heißt, sie wollen irgendwo sicher bezahlen. Wichtig ist einfach zu beachten, dass viele Kunden nicht nur wegen dem günstigen Preis bestellen. Ja, der Preis ist natürlich auch ein Faktor. Aber vor allem bestellen Kunden in einem Online-Shop, weil sie diesem vertrauen. Ja, also Vertrauen ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir jetzt einen Online-Shop nehmen, der ein deutsches Impressum hat, ja, eine deutsche Retourenadresse und das einfach mal Temu gegenüberstellen. Und als Beispiel jetzt einfach mal Brigitte nehmen. Brigitte möchte für ihren Mobs eine neue Hundejacke bestellen. Ja, es ist wieder kalt geworden. Und Brigitte möchte jetzt eine Hundejacke bestellen. Ja, sie sucht dann eine Hundejacke beispielsweise bei Google. Ja, sieht dann bei Google Shopping mehrere Anzeigen. Sieht dann natürlich auch Temu. Sieht einen deutschen Online-Shop. Und vergleicht das Ganze dann. Ja, Brigitte möchte aber zwei Jacken bestellen. Also zwei Größen, weil sie nicht ganz genau weiß, welche Größe dem Mobs passt. Und die eine Größe, die nicht passt, schickt sie dann einfach wieder zurück. Ja, und behält dann die, die natürlich passt. So, und jetzt haben wir einmal Temu und einmal den deutschen Online-Shop. Und wenn sich Brigitte Temu einmal anschaut, dann ist es natürlich im ersten Moment erstmal super billig. Ja, also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber andererseits müsste sie die Retoure wieder nach China schicken. Und im deutschen Online-Shop könnte die Brigitte einfach die Retoure, ja, zu den deutschen Anbietern schicken. Also an die deutsche Adresse. Das heißt, hier ist der erste Punkt, wo Brigitte schon einfach gar keinen Bock drauf hätte. Ja, also dieses Vertrauen wäre überhaupt gar nicht da. Und sie hätte gar keine Lust, das irgendwie nach China zu schicken. Weil sie ja gar nicht weiß, ob das Paket dann nachher ankommt. Ja, also das ist ein Punkt, wo sie dann verunsichert wäre und schon alleine deswegen dort nicht bestellen würde. Ja, wie gesagt, die Deutschen möchten eine gewisse Sicherheit. Und die Sicherheit ist jetzt hier schon nicht mehr gegeben. Außerdem ist mit Produkten aus China immer eine schlechte Produktqualität assoziiert. Obwohl das natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil nahezu 99% der Produkte, die man so zu Hause liegen hat, die kommen aus China. Und da weiß man ja ganz genau, die haben keine schlechte Qualität. Ja, teilweise haben die eine sehr, sehr gute Qualität und auch eine bessere Qualität als manch Hersteller aus Europa. Aber trotzdem denken viele Leute, wenn sie dann auf so einer Plattform bestellen, wie Temu beispielsweise, dass sie dann eine sehr schlechte Qualität erhalten, weil das Ganze ja eh aus China kommt. Das heißt, Brigitte würde sich dann denken, ja gut, das Produkt ist billig. Wenn das Produkt aber auch preislich billig ist, dann ist wahrscheinlich auch die Qualität nicht so gut. Ja, also sie assoziiert dann auch gleichzeitig den niedrigen Preis und den Punkt aus China mit einer schlechten Qualität, was teilweise natürlich auch der Fall sein kann, aber natürlich nicht muss. Was für Brigitte auch noch vielleicht wichtig ist, ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja, sie weiß ganz genau, dass wenn sie jetzt irgendein Produkt aus China bestellt, dass das natürlich nicht nachhaltig ist. Ja, es wird dann erstmal um die halbe Welt verschifft bzw. dann geflogen und dann kommt das halt irgendwann bei der an. Wenn sie in Deutschland bestellt, dann ist es natürlich nicht so der lange Versandweg und ist dann in Bezug auf die Nachhaltigkeit natürlich viel, viel schlauer, als jetzt irgendwas in China zu bestellen. Bei diesen ganzen Punkten merkt man einfach, das Thema Vertrauen ist super wichtig und wenn Brigitte zum Beispiel eine super Werbeanzeige sieht auf Facebook oder auf TikTok, wo eine schöne Hundejacke beworben wird oder das Produkt auch auf Google findet, dann ist sie dort erst einmal mehr von überzeugt als von irgendeiner chinesischen Plattform. Ja, wie gesagt, dort ist dann das Thema Sicherheit wichtig. Wie kann ich den Kundenservice kontaktieren? Kann der auch über Deutsch? Kann ich das zurückschicken? Hat das Produkt eine gute Qualität? Ist das nachhaltig? Ja, kommt es vielleicht schön verpackt zu mir? Wie ist die Kundenerfahrung an sich? Ja, also kriege ich nicht irgendwie so eine Plastiktüte, sondern habe ich auch vielleicht Spaß dann dabei, dieses Produkt zu öffnen? Und das gehört natürlich auch alles mit dazu. Also nicht nur der Preis ist immer entscheidend, sondern der Kunde möchte natürlich auch etwas für sein Geld haben und deswegen ist er auch meistens dazu bereit, dann einfach auch mehr Geld dafür auszugeben, auch wenn das teilweise drei, vier, fünfmal so viel kostet als bei Temu beispielsweise. Deswegen gibt es auch heute sehr, sehr viele D2C-Brands, die stinknormale Produkte verkaufen, die es auch so bei AliExpress oder bei Temu gibt. Ja, die verkaufen das dann für das Zehnfache teilweise, ja, wenn nicht sogar noch mehr und machen ja trotzdem Millionenumsätze, ja, zweistellige Millionenumsätze und haben einen hohen Unternehmenswert, weil sie ja nicht nur auf das Thema billig eingehen, sondern vor allem auch auf Qualität und Service und dieser Service-Gedanke ist dem Deutschen sehr, sehr wichtig. Das Problem an der ganzen Argumentation, Temu ist ja viel billiger, ja, Dropshipping kann ja gar nicht mehr funktionieren, Dropshipping wird jetzt aussterben, ist einfach, dass man ja immer nur mit dem Preis argumentiert. Ja, also es ist billiger, also kann das andere ja gar nicht mehr funktionieren, aber dann würde ja jeder Online-Shop, der teurer ist als Amazon beispielsweise, ja, oder halt diese ganzen Plattformen, der würde ja pleite gehen, ja, genauso wie Geschäfte, die teurer sind als irgendein Teddy beispielsweise oder ein Action, die müssten dann ja auch pleite gehen, ja, aber die gehen nicht pleite, sondern die laufen sehr, sehr gut und es gibt immer zwei Käufergruppen, ja, es gibt eine Käufergruppe, die kauft halt sehr, sehr billig ein oder sehr, ja, sehr, sehr günstig, weil sie sich einfach vielleicht auch nicht mehr leisten kann, die gehen dann halt entweder offline bei Teddy oder bei Action einkaufen oder halt online dann bei Temu oder AliExpress, weil Temu und AliExpress, das sind ja keine geheimen Websites, ja, jeder hat Zugriff auf diese Seiten und fast jeder kennt die auch, aber trotzdem gibt es ja super viele Leute, die einfach auch woanders einkaufen, ja, also teurere Sachen, ja, teurere Kleidung, ja, teurere Handys, es gibt ja auch Handys, die kosten 100, 200, Euro und trotzdem kaufen die Leute Apple-Handys, die dann über 1000 Euro kosten, ja, also es gibt natürlich zwei Käufergruppen und diese Argumentation funktioniert einfach so nicht, ja, weil sonst würde alles, was ein bisschen teurer ist als diese ganzen Billigläden, es würde ja schon nicht mehr funktionieren, ja, die würden alle pleite gehen, aber es ist ja nicht so, du weißt es selber ganz genau, ja, schau mal in die Stadt, was es so für teure Läden gibt und die laufen natürlich auch alle sehr, sehr gut und wie ich bereits gesagt habe, wird ja natürlich auch mit einem höheren Preis eine gute Qualität assoziiert, ja, wenn du beispielsweise etwas in deinem Online-Shop hast, zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal eine Halskette, diese Halskette kostet nur 5 Euro in deinem Online-Shop oder die Halskette kostet 50 Euro in deinem Online-Shop, dann würden natürlich Leute denken, bei einem Preis von 5 Euro, dass die Halskette einfach eine super schlechte Qualität hat, ja, bei einem Preis von 50 Euro würde man schon eher davon ausgehen, dass es eine normale, gute Qualität ist, ja, und deswegen würde sich das gegebenenfalls sogar negativ auswirken, wenn du in deinem Online-Shop einfach sehr, sehr billige Preise hättest, ja, es lohnt sich natürlich auch überhaupt nicht wegen der Marge, aber trotzdem würde sich das auch eher negativ dann auswirken, egal welche Produkte du verkaufst. Und das beste Beispiel sind einfach so Brands wie Louis Vuitton, wo dann ein T-Shirt teilweise 6, 7, 800 Euro kostet, da würde ja auch keiner denken, dass es eine schlechte Qualität hat, ja, weil du siehst dann den Preis, denkst dir, ja gut, 800 Euro, warum sollte das T-Shirt jetzt eine schlechte Qualität haben, aber es ist ja so teuer. Und nicht umsonst steht dann der Mehrheitseigner von LVMH, ja, also diesen ganzen Brands, Louis Vuitton, Dior und so weiter, ist dieser Mann der zweitreichste Mann der Welt, ja, das ist jetzt hier irgendwie kein Teddy-Gründer, ja, kein Gründer von irgendwelchen Billigmarken, sondern jemand, der einfach teure Sachen verkauft. Natürlich gibt es Leute, die kaufen bei Temu, die kaufen bei AliExpress, bei Wish, ja, aber das ist eine Käufergruppe, die du in deinem Online-Shop überhaupt gar nicht haben möchtest, weil die werden so oder so das Geld nicht haben, um den Artikel bei dir im Online-Shop zu bezahlen, ja, sehr wahrscheinlich. Und deswegen willst du ja gar nicht auf diese Leute abzielen, ja, diese Leute wird es immer geben, aber in der Mehrheit zusammengefasst möchten deutsche Kunden eine gewisse Sicherheit haben, ja, vor allem, wenn die Zahlung abschließen, sie wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt auf einer chinesischen Plattform irgendwas kaufen, weil sie dann Angst haben, dass die, ja, Daten irgendwie vielleicht missbraucht werden oder Sonstiges. Außerdem wollen sie einfach die Artikel so schnell wie es geht dann auch zurückschicken können. Heißt, sie wollen dann eine deutsche Retourenadresse haben, ja, und keine chinesische. Vielen Leuten ist das einfach wichtig, vor allem ist den Leuten auch wichtig, dass sie einen deutschen Kundenservice haben, wo sie bei Problemen dann einfach, ja, schnell anrufen können, schnell schreiben können und dann natürlich auch auf Deutsch eine Antwort bekommen. Viele Online-Kunden assoziieren China direkt mit einer schlechten Produktqualität, ja, wie gesagt, das ist absoluter Schwachsinn, aber trotzdem machen die das und deswegen ist es dann auch für denjenigen besser, in einem deutschen Online-Shop zu bestellen, weil er dort natürlich mit einer besseren Qualität rechnet, ja. Egal, ob es jetzt so ist oder nicht, er rechnet einfach damit und das ist das Wichtige, was denkt dieser Online-Shop-Kunde, wenn der irgendwo bestellt. Natürlich haben die Kunden auch keinen Bock auf irgendwelche Probleme, ja, bei der Lieferung. Wenn die wissen, die bestellen irgendwas in China, dann denken die sich vielleicht, ja gut, da kann ja viel schief gehen, ja, das kann verloren gehen und so weiter und so fort. Wenn es aus Deutschland kommt, was soll schon passieren? Ja, das ist ja im Inland und wie gesagt, dann habe ich ja auch irgendwo jemanden in Deutschland, den ich kontaktieren kann, wenn etwas ist und dann brauchen die natürlich auch keine Angst haben, dass die Ware nicht ankommt. Wie gesagt, das Vertrauen ist dort einfach viel, viel größer. Ja, aus den vorgenannten Gründen kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass das ganze Thema Temu, AliExpress und Co. unseren Online-Shops nie schaden wird. Wie bereits gesagt, es hat auch vorher schon immer funktioniert, AliExpress gibt es seit 2010 und trotzdem, ja, gibt es ja super viele Online-Shops mittlerweile, die einfach super erfolgreich sind, ja, auf Millionen Umsätze skaliert sind und so weiter und so fort und das auch schon vor Temu, ja, mit diesen ganzen anderen Plattformen und jetzt mit Temu wird sich auch nichts verändern. Ja, die Umsätze von unseren Kunden zum Beispiel sind genau gleich geblieben, ja, das heißt, die sind jetzt nicht schlechter geworden, weil es auf einmal Temu gibt, ja, es hat sich dadurch nichts verändert, es gab keine Umsatzeinbußen und deswegen muss man sich dort auch keine Sorgen machen. Und wenn du jetzt sagst, das ganze Thema Online-Shop klingt super spannend und ich würde mir gerne einen eigenen Online-Shop aufbauen, dann kannst du dich gerne bei uns melden, ja, trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, um jedes weitere Video nicht mehr zu verpassen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, dein Olli, ciao.